Der letzte Ferientag war anders als alle Ferientage in Idas bisherigem Leben. Sie saß neben ihrer Mutter im Auto und wünschte, sie könnte die Zeit zurückdrehen und auf der Landkarte zwei Punkte vertauschen. Wie hatte sich ihre Mutter das vorgestellt? Neuer Job, neue Stadt, neue Wohnung. Für Erwachsene war so etwas ganz einfach, aber für sie? Wie? Mist! Ida guckte schmollend aus dem Autofenster. Grüne Wiesen zogen vorbei, Bäume ragten in den blauen Himmel. Ach, Ida! Elvira Kronenberg beugte sich hinüber zu ihrer Tochter. Jetzt warte doch erst einmal ab. Unsere neue Wohnung ist ein Traum und die Schule soll richtig toll sein. Ida starrte weiter nach draußen. Die neue Schule ist toller als meine alte? Ja! Ihre Mutter nickte eifrig. Also mindestens genauso toll. Ich war an der tollsten Schule. Ida spielte mit ihren Lederarmbändern. Und ich hatte auch die tollsten Freunde. Und jetzt? Das Auto schlängelte sich einen Berg hinauf. Jetzt müssen die mal ohne ihre große Anführerin auskommen, hm? fiel ihr die Mutter ins Wort. Ida schloss die Augen. Gestern war sie noch lange bei Miriam, ihrer allerbesten Freundin, gewesen. Sie hatten geschworen, ganz oft zu telefonieren und sich so oft wie möglich zu besuchen. Aber trotzdem würde es nie wieder so werden wie früher. Das wussten sie beide. Die ersten Häuser tauchten auf. Und war da vorne nicht eine große Brücke? Egal. Ida schaute gar nicht genau hin. Morgen hätten wir Sport, grummelte sie. Wer soll das coolste Team zusammenstellen, wenn nicht ich? Sie drehte sich seufzend zu ihrer Mutter. Ach, egal. Du verstehst es ja doch nicht. Und dann waren sie auf einmal da.